recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft spezial zusammen wo ist hingelaufen da knolle hallo versteckt mich er hat sich versteckt genau wir sind noch kathedralenbau und er ist gar nicht so wenig fortgeschritten weil wir haben schon relativ viel da geht es jetzt noch weiter voran ja also kann ich da lang ja da kann man lang glaube ich nach oben oder so auf jeden fall wollte ich mich dafür entschuldigen dass letzte woche keine folge kam man sieht es auch schon ich habe jetzt noch das texture pack drinnen mein pc hat schlapp gemacht und ja da musste ich noch mal alles aufsetzen und die folge war dann auch nicht mehr dabei soll schon mal vorkommen es war klar es war sowas von klar dass ich habe gehört weil die noch funktioniert zwar die spiele nicht aber da jetzt hier ach mann 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 so hoch wieder langsam vortasten aber letzte folge war ja auch lange eine kurze ich glaube ich war dabei hier unten alles auszuhören und habe das schon vollendet jetzt geht es aber ich wollte einfach nur mal irgendwie hier noch ein bisschen höher ach wir sind schon ganz oben das ich dachte ich wäre beim fenster erst okay naja dann passt es halt auch gut jetzt stehe ich hier oben drauf und weiß gar nicht wie es hier oben weitergehen könnte so ja komisch ich glaube wir müssen von hinten bauen hier oben ist auch noch nicht so fertig dann mache ich hier erstmal weiter sein ich kann auch ich das von überhaupt zu erinnern ist glaubt hoch genug brauche ich gar nicht ich finde gerade in dem sind nur steine was sollten wir unten jetzt eigentlich rein machen ich weiß es schon gar nicht mehr wo rein machen und in kathedrale in die kathedrale der boden ja ja das wird aber ich weiß gar nicht was für ein boden jetzt fehlt weil wenn ich diesen polierten diurid machen wir machen irgendwie haben wir da was gehabt das kann wohl sein ja super ich wieder einen doppelten stein gesetzt auch ich weiß jetzt hier sieht was alles ist okay abbauen so das wieder weg wunderbar dann bauen wir jetzt weiter erstmal da und da und der muss da und der muss da das passt dann schon mal und man sieht nein tot nein doch nicht aber war schon ganz schöner sturz das habe ich gehört recht shit geht das einfach so das geht einfach so einfach so ja lieber im brot auch reichlich dann essen wir mal gerade lieber im brot ne da wieder regenerieren können bevor du stirbst das ist aber anderes hier bestimmt ne das ist diurid so richtig ne genau gehe ich mal gerade erst hier hin sitze geht das von hier auf also blatt gut geklappt wieder und dann muss da einer hin und so richtig überhaupt nicht das ist falsch oder das ist falsch irgendwas habe ich da falsch gebaut gerade ja macht so keinen sinn der muss so weg ja doch der muss auch weg der ist verkehrt ja so ich fülle jetzt die kalthydrale unten aus also ich mache den boden rein ja okay das war ich mit ausfüllen gut müsste passen glaube da muss noch was hin ich liebe es wieso kann ich nicht mehr offensteine platzieren oder passt das jetzt ich glaube das passt jetzt da muss glas rein haben wir dann noch so was mit ich habe kein glas in bunt wäre es nur da okay dann kann ich das nicht machen ist aber auch nicht schlimm schon wieder mensch mensch gut das bedeutet ich sitze mal da einen hin und auch da einen laub hin und dann mache ich da einen stein hin und da einen stein hin genauso wie da auch einer hin muss warte mal da kommt auch mal einer hin so das passt glaube ich soweit und die spitze ist kaputt da kommt auch einer hin sind wir hier noch richtig ja ich glaube da muss auch noch einer hin äh das hier müsste alles sein wenn ich mich nicht täusche so den krieg von dahin aber der ist ja richtig ja doch der ist richtig da muss so einer hin und da so einer hin sollte richtig sein und da das ist ja dann auch noch einer hin ich habe ja noch alles momentan wenn mich nicht alles täuscht so ist das denn hier so richtig was ist denn wenn ich den wegnehme da ist ein loch dann okay ich glaube jetzt wieder von oben hier lang sieht das unten denn passend aus was denn was denn die schrägen von unten von wo ich jetzt hier am arbeiten bin die passen das passt alles ja ja sieht nämlich so ein bisschen so naja passt schon dann wenn du das sagst wird es sein ich das sage dann muss das gut dann gibt es kein wenn und aber da muss einer hin und da kommt dann auch einer hin der mich das war's das war's kennt jeder das spiel mittlerweile das war's ja der ist nicht der denkt sich jetzt von reden sagst jetzt kennt jeder das spiel und dann nö das ist die frage ob es das war naja ich glaube dann ist das da der letzte dann muss da noch einer hin ich finde es aber relativ angenehm dass hier so viel andesit ist okay aber andesit nicht war ja ich kann mir diesen Namen nicht merken weil da muss man nicht so weit weg und kannst direkt unter der kathedrale alles wegkramen und du hast es wenn die einbricht nicht meine schuld hab ich schon eins zu hoch geboren ich glaube ich hab schon eins zu hoch geboren ich glaube ich hab schon eins zu hoch geboren eins zwei drei genau eins zwei drei der ist schon zu hoch okay oh reisen noch mal reisen dann passt das ja schon mal dann müssen wir da und da was hin machen und das und das da rein und absolut ich glaube das war es jetzt hier unten mit dem andesit echt ja hier ist noch ein granit unter der kathedrale jetzt oder kathedrale oder ah dieses eine vorkommen oder so wie auch immer man das bei andesit nennt mhm okay das bedeutet da muss einer hin und da auch das müsste richtig sein da backt ein stein rum ne ja sehe ich nicht bei dir war der glaube oder ah da unten der ja das ist ein erdstein der liegt direkt über mir ist das so richtig müsste da müssen wir gucken wie das da nachher gebaut wird so da einer da auch einer da wird schon wieder dunkel das ging ja dieser stein macht einen wahnsinnig okay du musst genau gut ich weiß gar nicht wo er runter fällt ähm was kann ich dir sagen hier irgendwo oder ja da oben eigentlich fällt er noch oder ist er nicht mehr da ist gar nicht mehr da gut dann habe ich ihn wohl erwischt schon ne so ins bettchen oder wie machen wir ich wollte gerade noch die paar steine verbauen aber die sind direkt auf dem weg ins bettchen und fassen weg jetzt muss ich nur gucken wie ich hier runter kommen ne ich glaube ich muss zur anderen Seite meine Aufnahme hat sich gerade beendet geht nicht das ist jetzt raus ok also ihr Leute die es bei uns weiter seht ja bei mir seht das nicht kurz umschwenken und dann nimmt er gleich wieder auf denke ich oder das will nicht das will nicht warum du willst nicht du weißt nicht warum ok ich gehe mal ins bett und ich denke mal wenn wir mal kurz die folge hier und dann werden wir nach der Recherche irgendwann wieder aufnehmen gucken wir mal ich denke in einer woche werden wir es geschafft haben aufzunehmen bestimmt ok dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und war es das mit dieser folge wir würden uns freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit einschaltet bis dann tschüss 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 tschüss